Bei dem einen muss ich dich nicht mehr ertragen. So, dafür mache ich jetzt Campside auf Profi. Leck mich. Albtraum, Albtraum. Dann haben wir wieder die Zwillinge, die uns alle vier in einer Sekunde töten. Jetzt mach Albtraum, komm. Ich produziere so lange. Oh yes. Albtraum 8. In der letzten Runde muss ich lohnen, so ab fünf Sekunden sind wir tot. Wir machen die Tür auf und sind direkt tot. Ja, nix. Macht nix, komm ja. Können wir den Thomas einfach unterbrechen, indem ich auf Start drücke? Ja, können wir. Oh ja, Nightmare. Das ist ja nicht so, als ob Thomas ein Nightmare für mich wäre. Ja. So, vielen, vielen lieben Dank. Ist das nicht schön? Mhm. Nicht. Ich freue mich. So, Leute. Also, wir haben sehr viele Räucherstäbchen. Aber kein Feuerzeug. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist nix los? Ach komm, Leute. Komm. Jetzt haben wir Kerzen. Wir haben heute. Jetzt haben wir kein Feuerzeug. Das ist doch jetzt ein Witz. Die ganze Zeit hat hier ein Feuerzeug und sonst nix. Oh. Oh. Obwohl der Geist heißt Anders, aber... Der heißt nicht Anders, der heißt Linda. Nicht Anders. Nicht Thomas. Okay. Thomas Anders. Geist, Kerze. Geist, während einer Jagd. Lassen Sie ein Geist des Salz wandern. Oh, ich war da auch gleich. Oh, ja. Sag mir bitte, dass irgendeiner von euch ein Thermometer hat. Gott sei Dank. Gut. Gut. Ich leide jetzt schon mit dir. Ich mach's aber nicht gerade besser. Danke, Soldi. Linda, sind Sie hier? Wollen Sie uns nicht zum Essen ausführen? Linda. Ich auch mit der Kamera. Ich auch. Und suche den Keller ab. Wenigstens regnet's nicht. Könnt's schlimmer sein als ne Geisterjagd. Was? Also... Nein. Wer redet mit den Alpen? Wer redet mit den Alpen? Wieso hat die Kamera eine bessere Qualität als meine... Ah, ne, warte mal. Ich hab auch eine 1080p. Hat schon irgendeiner irgendeinen Beweis? Am Knochen. Wo seid ihr? Ich bin beim Haus hinten. Was für ein Haus? Was war denn das gerade? Was ist das denn? Was? Er wird gehandelt beim Haus. Was? Er wird gehandelt beim Haus. Er wird gehandelt beim Haus hinten. Nein, nein, ihr läuft falsch. Hier. Hier, 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 hier. Ich bin hier. Da lang. Da lang. Dadurch. Ich hab den Generator nämlich gerade angemacht. Und dann wurde ich gehandelt. Ja, aber wie... Ich glaub nicht, dass du gehandelt wurdest. So wärst du tot. Äh, doch, ich wurde gehandelt. Die ist im Haus. Das Haus ist zu. Wir brauchen den Schlüssel. 3,4, 3,1. 2,9. Rapunzel, Rapunzel, lass deinen Arsch herunter oder was auch immer. Mir ist egal. Hier ist ein Knochen. Uh. Wir haben Knochen und hier vorne ist ein Schlüssel. Was? Wir können jetzt ins Haus. Warum sollten wir? Das ist die Frage. Reindrücken. Platziere einen Platz. Halt jetzt mal die Klappe, Thomas. Ich schlaufe weg. Toll. Einen Baseballschläger kann ich nicht holen da mit dem scheiß Ball. Also mit der Camp Map, das finde ich schon geil. Muss ich sagen. So ein Außenareal. Strike! Ja, ja, ich habe gerade einen Strike gemacht. Das ist die sportlichste Leistung, die ich heute gebracht habe. Ich gucke gerade mal auf das Dotz. Wenn der Geist drinnen ist, wird der hoch und runter laufen. Was war das? Das war eine Taschenlampe. Okay. Lebt ihr noch? Mir ja. Ja. Flo und ich leben. Wie Flo nicht? Flo und ich. Ich weiß nur nicht, ob der Geist drinnen oder draußen war. Meistens ist er drinnen. Also unsere Durchschnittssanity ist 86 Lira. Das ist eine Währung. Hm. Lebt ihr beiden noch? Ja. Seid in der Nähe des Hauses? Welcher Geist jagt noch mal alleine? Äh. Alle außer die Zwillinge? Alle. Nein, nein. Also wenn du alleine wirst. Wir können nicht sagen, ob der Person auf Einzelperson, ey. Toll. Keine Ahnung. Shade. Das könnte ein Shade sein. Staffi, lebst du noch? Oh oh. Ja, deswegen ist Steffi es nochmal draußen. Steffi? Das wäre irgendwie nicht geil, wenn jetzt so dieser Hirschkopf sich bewegen würde. Das ist jetzt totes. Okay. Ähm. Lasst uns mal reingehen. Hat jemand einen Thermometer? Oh Steffi ist hier plötzlich. Ah, wo? Ah! Oh Gott. Dann lass uns mal reingehen. Nein. Hast du den Shade aus der Gefriertemperatur gefunden? Nein. Sie waren hinter der Couch. Müssen wir nochmal hin. Ich hab nicht vermutet, dass es ein Shade ist. Der war sehr aggressiv. Werde ich auch gleich. Ich mach diese Scheiß-Sound. Da hört's bald aus. Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt mit? Niemand. Ja. Ich hol den Räucherstäbchen mit aus Protest. Ich hol den Räucherstäbchen mit aus Protest. Wenn dein Geist jetzt nicht aktiv wird, dann wissen wir warum. Ich hauch dir in den Nacken, Alex. Ich hab ganz ehrliches, ähm miedes Gefühl. Ach Thomas, sei mal ein bisschen optimistisch. Nachts auf dem Campingplatz, niemand weiß wo wir sind und ein Killergeist läuft rum. Das könnte schlimmer sein. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Alex. Der Geist wäre vielleicht aggressiv. Vielleicht ist der Geist Analphabet. Bist du hier? Sprich mit uns. Hier, Räucherstäbchen. Den hatte ich tatsächlich mal drin. Kann es sein, dass er vielleicht da links ist? Sollte ich den hatte ich tatsächlich mal drin, aber das hat mich so fertig gemacht, dass ich ihn deswegen raus gemacht hab. Geist, willst du mit mir Ball spielen? Bitte nicht. Was zum... Bist du hier? Ich mache Wand. Oh schön, hier ist ein Freitag der 13. Anspielung. Dab Meister, geil. Jason, seine Maske treibt im Wasser. Linda, bist du hier? Ja, klar. Ja, klar. Linda, willst du mit uns das Campingleben genießen? Linda, willst du nicht, dass wir dir helfen? Sollen wir gehen? Schreib ins Buch. Das ist ein großes Uscherbrett. Das ist ein großes Uscherbrett. Ja, aber von EMF nix. Linda. Linda, willst du mit dir helfen? Linda, hast du dieses Camp eröffnet? Linda, willst du Flo zum Essen haben? Linda, hast du dieses Camp eröffnet, um irgendwelche Deppen, die hier rumlaufen, umzubringen? Kann ich verstehen. Linda, kannst du dich jetzt mal verdammt und verrecken? Also dann scheint es echt davor zu sein, oder? Also in der Haus ist gar nichts. Oder wie reagiert er auch nur? Warte, wir haben den Geist freigelassen, dann läuft er da draußen jetzt rum. Moment. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt in einem Alter, wo ich die Serienkiller verstehe, wenn sie die ganzen nervigen Studenten umlegen. Hand, 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 Hand! Nein, nur ein Bein. Wo? Du spinnst! Nein, mich! Sind wir jetzt alle wieder tot? Sind wir alle wieder tot? Ernsthaft? Fahr doch zur Hölle, du blöder Geist. Wir sind alle wieder tot, oder? Das waren wieder die Zwillinge, oder? Mein Spiel ist wieder abgesoffen, oder was? Nee. Wieso sterben wir alle vier? Wie? Ich weiß es nicht. Alter, ich hab keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Hä? Aber echt alle vier auf einmal. Wie? Was soll ich das wissen?